Hi meine Lieben, ich mache jetzt gleich nach Taucher zu Jonas und zwar ist heute für mich Ancient France Festival. War eine ganz kurzfristige Entscheidung, aber das heißt es gibt wieder einen Festivalvlog. Zwar nur von einem Tag, aber immerhin. So wir sind jetzt auf dem Festivalgelände, wir haben auch gerade unsere Bändchen abgeholt und jetzt schauen wir mal was wir hier so schönes filmen können. Ich würde sagen, hier ist Party hart. Okay. Okay. Das war's für heute. Ja, ja! Haha, so perception! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hier findet dann das Yoga statt. Jonas macht übrigens auch ein Video. Das verlinke ich dann einfach mal in der Infobox. Das war's. Das war's. So, jetzt sind auch über die Lichter an. Und jetzt kommen die Magie jetzt richtig raus. Wir haben uns jetzt hier hingeplatzt, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. So, jetzt sitzt du auf der Decke. Besser. Ah, Leuchtturm. Ja, wir sitzen jetzt hier auf der Decke und hören uns noch ein bisschen was von der Musik an. Räucherkerzen, Räucherstäbchen. Nein. Ah, das riecht so gut. Das riecht so gut. Ja, und genieß noch den Abend. Ja, wir sind jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017